Und schon könnte es weitergehen. Ich habe wieder eine Reihe linker Maschen drauf gestrickt. Die Rückseite schaut nicht so attraktiv aus. Das ist die Vorderseite. Du siehst, dass du mit wenigen Maschenvarianten, mit Umschlägen zusammengestrickten Maschen und überzogen zusammengestrickten Maschen, kannst du eine Vielzahl an Varianten von diesem Muster schon machen. Du kannst größere Rauten, kleinere Rauten machen. Du kannst Lochstreifen schräg anordnen, parallel und schräg, indem du immer nur rechts zusammenstrickst. Du kannst in der Mitte der Raute mit Krausenmaschen, mit linken, verkehrten Maschen Varianten machen. Probier es einfach einmal aus.